So, hi Freunde, willkommen zurück zu Spec Ops The Line und konnten wir hier nicht gerade genau, das konnten wir doch machen. Ich glaube, dann nehmen wir mal... Okay, nee, doch, das, so. So ist es, glaube ich, doch besser. Wir müssen doch jetzt immer noch, genau, wir müssen immer noch zu diesem Wasservorrat hier. Was macht Rix denn? Ach du Heilige. 80.000 Liter H2O in diesem Gebäude. Das ist nicht dein Ernst. Schneid das Herz raus und die Bestie stirbt. Jetzt haben sie es kapiert. Meine Leute machen ein Stürmmanöver vorm Haupttor. Das hält die 33. auf Drab und wir schleichen uns hinten rein. Ihr nehmt ein Heimschatz noch, Vögel? Sie verstehen, dass man Opfer bringen muss. Ja, ein Krieg fordert Opfer. Scheiße, wir sind entdeckt. Haben Sie einen Plan, Rix? Drängt sie zurück. Ich mach die Tür auf. Das soll doch wohl ein Witz sein. Von wo? Vergiss ihn, wir haben andere Probleme. Ach, von hier. Oh. Scheiße, die rücken wohl hinten an. Geht die Deckung. So, bitteschön. So. Was ist das jetzt mit denen? Ne, ne? Da kommen nur welche. Was für ne blöde Frage. Nein. Ne, 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 ne. Bitteschön. Da bewegt sich einer. Auf jetzt. Hab wieder ein. Wie viele? Ziel erledigt. Die hab ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Die Antwort der 33. Auf alle Probleme des Lebens. Was? Haltet die Augen offen. Wenn Zulus auf die Jagd gehen, gibt es kein Halten. Vorsicht. Schrocken mit dem Ambersch. Ich hab keine Munition mehr. Ich brauch Munition. Leute, ihr müsst das machen. Konzentriert euch auf dieses Ziel. Hab mal. Kanate. Okay, er ist tot. Was, das? Feindbewegung. Mokai ist eine Unentdeckung. Wir sind schwer unter Beschuss. Okay, er ist tot. Vorsicht. Sie kommen näher. Ne, 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 ne. Magazin wechseln. Los jetzt. Freunde, Freunde. Ich hab keine Munition. Ich hab keine Munition. Los, los, los. Das war vielleicht jetzt mal knapp. Hier, erstmal die ganze Munition nehmen. Was nehmen wir denn da am besten? Ich glaub, wir nehmen jetzt mal genau die. Ja, ja. Ne, die Zeit nehm ich mir aber jetzt. Die Zeit will ich mir jetzt nehmen. Gut. Jetzt geht's hier erstmal weiter. Das ist echt heftig. Was? Worauf wartet ihr? Los, los. Der alte hat's drauf. Ich werde hier nicht Händchen halten. Also der hat's echt drauf. Was ist denn das hier? Kann man das... Ne, kann man nicht nehmen. Okay. Wir müssen also jetzt in das Herz Dubais. Könnte man sagen. Oder wie es gesagt wurde. Im Parkhaus. Na super. Das erinnert mich an die Mission von Battlefield 3. Das erinnert mich sehr stark daran. Feind erledigt. Vorsicht, Feind bewegt sich. Nur wo genau sind die? Die sieht man nicht. Passt auf die Schrotwände auf. Ich lebe da. Die sieht man echt nur sehr, sehr schlecht. Wieder eine weniger. Was war's mit dem? Ich muss erst mal nachladen. So, aufpassen. Ach nein. Nein, 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 nein. Lugo, mach keinen... Blödsinn. Die Helikopterkommando. Wir konnten gerade Helikopterkommando einsetzen. Und ich hab's gerade vermasselt. Wie zur Hölle sollen wir den... Achtet auf die Schrotwände. Los, los, los. Wir gehen auf den Trimmer. Bleibt unten. Gebt ihnen keine freie Schussbahn. Nicht. Tango kommt näher. Los, los, los. Wer ist schon gedeckt? Schaut weg. Auf jetzt. Nicht mehr lange. Gleich bist du für immer geblendet. Oh nein. Gut. Den hätten wir. Den haben wir jetzt sehr schnell bekommen. Ich kann nicht weiter zu dem Schuss, verdammt. Magazin wechseln. Wie sollen wir den denn bekommen? Gut, wir müssen aufpassen. Brücke aus. Wir müssen, glaube ich, einfach nur tierisch aufpassen hier. Ich brauche hier Deckung. Wie bekommen wir den? Da, am MG. Schaut sie das. Greifen. Sie neutralisiert. Gut. Also, der hätte jetzt noch richtige Probleme gemacht, wenn wir den jetzt nicht neutralisiert hätten. Ne, warte. Anders. So. Haben wir hier noch was? AK. Gut, nehmen wir die mal. Ich glaube, damit kommen wir jetzt voran. Ich hoffe es mal. Ach, Granaten bekommen wir auch mal wieder. Das waren alle. Los, wir sind fast da. Ihr, sichert die Trucks. Ich trommel den Rest meiner Männer zusammen. Wir sehen uns drin. Wird gemacht. Auf jeden Fall. Nur das sieht echt gefährlich aus hier. Ich traue ihm nicht. Das sieht riesig aus. Aber Riggs und seine Männer sind gerade die einzigen, die uns nicht türen. Diese Säulen da oben. Überlegen Sie sich, wem Sie helfen, Captain. Ohne Wasser. Jetzt sind alle in dieser Stadt sterben. Auch Ihre Männer. Riggs will niemanden retten. Er will die Wahrheit weghaben. Zusammen mit den Leichen. Also dieses Spiel handelt ziemlich psychisch. Also man wird da von beiden Seiten immer konfrontiert, was besser wäre und was nicht. Zusammen mit den Aufständischen. Halten Sie sich in Bereitschaft, während wir die Sache regeln. Verstanden. Wir haben uns nicht auf dem Schirm. Erledigt die Wichser. Okay. Bitteschön. Ach nö. Jetzt geht der Spaß los. Ich dürfe mir snipern. Ich leg ihn um. Bitteschön. Bitteschön. Weinten ausgeschaltet. Scheiße. Bekommt noch mehr. Aus dem Erdgeschoss. Furt. Bitteschön. 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 Das wäre jetzt mal gut zu wissen, wo das... Ach, da unten. Bitteschön. Und wo genau ist der andere? Hier oben, oder? Was? Langsam machen. Langsam. Gut, jetzt erstmal nachladen und hier die Waffe mal am besten mitnehmen. Langsam, langsam, langsam. Wir müssen Logo helfen. Wie ist der denn da bitte hingekommen? Könnt ihr mir das mal verraten? Wie ist der da unten hingekommen? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Wie ist der bitte schon da hingekommen? Ich bin da jetzt gerade nicht wirklich sicher, wo es da wirklich nach unten geht. Aber ich denke, wir werden das erfahren. Aber erst im nächsten Part, denn das wird eine etwas längere Aufgabe hier. Die schaffe ich jetzt nicht mehr am Ende des Parts. Und ja, danke fürs Zusehen. Und bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020